so wir machen heute einfach mal eine kleine zwischenrunde das video nehme ich jetzt einfach so mittendrin auf während den normalen parts das heißt es kann sein dass wenn ich später hochlade oder so dass eventuell jetzt sachen fehlen die bei euch dann schon längst drin sind ist aber überhaupt kein problem was wir heute machen werden ist einen kleinen command schreiben mit dem wir hier den bot solche sachen ausgeben lassen können und zwar den text den wir ihm vorher eingeben das ist an sich ganz einfach deswegen wird es auch kein ganzer part ich brauche nur jetzt gerade deswegen dachte ich mich doch gleich auf genau wird jetzt auch ein bisschen schneller machen eine klasse preview kommt im implement command server command ich habe jetzt letztes mal schon vor dem nein direkt nach dem ersten datenbank video habe ich eine sql command klasse gemacht ein bisschen darum zu experimentieren was wir denn alles so in den nächsten parts machen können damit wie man hier eventuell unschwer sehen kann damit ziemlich viel kacke damit gemacht ja genau vielleicht hätte ich das dann auch in einem video machen sollen aber ich habe es vergessen deswegen machen wir es jetzt hier genau was brauchen wir alles wir wollen einen befehl eingeben zum beispiel preview und dann einfach scheißegal wie lang riesen langen text meinetwegen in demodem und hallo und keine ahnung ein paar emojis soll auf jeden fall alles direkt dann übernommen werden in ein embedded eingefügt werden nur wir machen wird das weil es wäre cool wenn wir noch irgendwie anpassen könnten was unten im futter steht oder so dass wir quasi per command uns eine komplette embedded erstellen können machen wir das mal auf die einfache variante dann schauen wir noch weiter sonst wird das alles jetzt zu lang das heißt wir machen string mess oder ja message haben wir schon benutzt deswegen geht es schlecht ist message.get content raw jetzt wir wollen es unverändert haben und das ist egal was wir davon nehmen ich weiß gar nicht was effizienter wäre auf jeden fall müssen wir hier den kompletten command mit unserem präfix entfernen vorher und dem leerzeichen dass wir dann nur noch den teil haben wir könnten auch anfangen mit dass wir das in args machen und dann nur den hinteren teil nehmen aber da ich das alles wirklich unverändert haben will mit egal wie viel leerzeichen dazwischen und so dass wirklich alles übernommen wird machen wir es jetzt so dass wir von diesen teil hier wieder rausnehmen dann machen wir es andersrum machen wir es auch doof falls man es dazwischen braucht nee wir machen es schon auf string auf jeden fall dann haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das heißt jetzt fängt es wirklich ab diesem zeichen hier an und dann halt bis zu ende ist dann jetzt machen wir mal vor wieder ein embedded bilder ist gleich bilder punkt das klingelt nix bilder punkt ist bilder da machen wir jetzt einen bilder punkt set description und jetzt müssen eigentlich nur mess hier reinhauen wir können jetzt noch machen bilder punkt set color das habe ich ja glaube ich im live stream gezeigt wie das geht da können wir uns jetzt aus dem internet eine schöne farbe suchen nehmen wir zum beispiel das wahrscheinlich wieder falsch okay das geht nicht weg ist auch gut nehmen wir mal ein orange in hex brauchen wir das dann nehmen dann hier einfach das ding hier ist grad bisschen was los bei mir ups das hashtag muss wieder weg und ansonsten was das auch eigentlich schon viel mehr müssen wir da nicht machen wir können jetzt noch zum beispiel hier unten den autor oder den futter setzen gleich egal können es auch lassen und dann machen wir einfach nur channel punkt send message bilder punkt bild und das ganze tun wir und dann fügen wir das ganze noch hinzu können wir das ganze mal testen und das online preview hallo welt jahre public void test test das punkt doof ist true und probieren wir noch mit dem mode das müssen wir dran tun wenn wir hier noch ein emoji rainbow sheep das ist ein test schicken wir das ab und da haben wir es hallo welt und test test ist doof doof ist true rainbow sheep okay das hat jetzt leider nicht geklappt wenn wir gleich noch mal gucken ich habe das überhaupt in embedded geht es müsste aber eigentlich auch gehen und ansonsten sieht es doch schon ganz gut aus also wir können leider keine externen emojis verwenden in diesem ding das ist schade aber kein problem wir können ganz normale emojis da verwenden dem dann wird das direkt genommen jetzt kann man hier ganz oben einfach noch message machen das sollten wir vielleicht nicht da machen sonst können wir es hier nicht machen was direkt bevor die andere geschickt wird und dann schreiben und jetzt steht nur dass da und der andere von uns wurde gelöscht ja und das war es auch schon mit diesem kleinen zwischen video mal gucken vielleicht schiebe ich das war jetzt sonntag oder so rein und ja am donnerstag kommt dann das heißersehnte video wir werden auf jeden fall genau so etwas hier benutzen da dann ein emoji anhängen müssen wir noch gucken wie wir das machen eine flasche und wenn die leute darauf klicken dann kriegen sie eine spezielle rolle also die das rollen tutorial kommt dann endlich genau ich hoffe ihr freut euch schon drauf und dann bis donnerstag